So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen uns ganz kurz mal mit dem Psychospektakel-Event befassen, beziehungsweise dem kostenpflichtigen Ticket, was es da wieder gab. Denn die Leute, die sich das Ticket nicht gekauft haben, wissen ja gar nicht, was sind denn da für Aufgaben drin gewesen oder was sind denn die Belohnungen dabei gewesen oder was hat der Ramses da gekriegt, weil der Ramses ja das Ticket wieder geschenkt bekommen hat. Diesmal vom NetGhost79, danke dafür, für das Psychospektakel-Ticket. Ihr wisst, die Tickets sind alle, muss nicht sein. Ich freue mich aber über Tickets, wo Raid-Pässe drin sind oder bei einem Raid-Day freue ich mich über ein Ticket, weil Raid-Day, Raid-Tour eben immer was ganz Besonderes ist und am meisten Spaß macht. Aber es gibt so viele Tickets, die total unnötig sind oder langweilig oder doof. Die braucht man nicht. Ja, denkt auch mal an euch und euren Geldbeutel und so, aber wenn ihr mir eins schenkt, versuche ich ja trotzdem immer über das Ticket ein Video zu machen. NetGhost hat mir also das Ticket geschenkt. Das Event hat auch pünktlich 10 Uhr angefangen. Es gab ja hier diese Sammler-Herausforderung. Das seht ihr ja, wenn ihr hier seht, an den Pokémon sind diese komischen, naja, Medaillen-Odden-Zeug dran. Das gab es früher nicht. Mittlerweile ist das ja so, dass man direkt auch in der Biernei-Liste sieht, welche Pokémon man noch fangen muss für die Sammler-Herausforderung. Und da ist auch ein Schatten, weil es wurde ja ein neues Pokémon eingeführt, das Brimova. Dann waren die Aufgaben von der befristeten Premium-Forschung da, die man also nur mit dem Ticket hat. Lande 25 Curveball-Würfe, lande 50 Curveball-Würfe, lande 10 großartige Curveball-Würfe, lande 20 großartige Curveball-Würfe, fange 25 Pokémon vom Typ Psycho oder Fee, fange 50 Pokémon vom Typ Psycho oder Fee, brüde ein Ei aus, brüde zwei Eier aus. Das wollen wir jetzt alles abholen. Gleichzeitig gab es noch diese Sammler-Herausforderung, glänzende Gedanken. Das war diesmal eigentlich ganz chillig, weil man konnte alles in der Wildnis fangen. Das saß auch relativ häufig rum, auch das neue Pokémon, Brimova, sitzt relativ häufig rum. Und dann gab es noch eine Entwicklungsherausforderung, zwei Pokémon nur drin, Trassler und Monozyto. Das war auch sehr schön machbar und hat nicht lange gedauert. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt wollen wir mal erstmal, was ich vergessen habe beim letzten Mal. Es gab im letzten Event, ja, Groll, wie heißt es denn hier, grrrr? Wieso schreibt es denn das R nicht hier? Grolldra. Ich habe zwei Grolldra auf der Hand. Das ist das, das gab es wild. Und dann das hier, das gab es aus einem Ei. Und weil ich da den Pokédex-Eintrag auch noch nicht habe, möchte ich das jetzt erstmal entwickeln, um das letzte Event abzuschließen. Und möchte Brimova in diesem Video dann auch am Ende entwickeln, um das Psychospektakel auch abzurunden. Zwischendurch holen wir das Ticket da. So, das ist neuer Pokédex-Eintrag. Fandra, ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber lustig gemacht. Statt Sandra, sage ich jetzt immer, Fandra, kommst du mal bitte? Fandra, weil Sandra heißt ja Sandra. Und das sieht cool aus. Das sitzt ja jetzt einfach da auf dem Kopf drauf. Das hat, das hat seinen eigenen Buddy. Das ist zu zweit. Boah. Bleibt das jetzt bei der letzten Stufe auch noch da? Oder ist das dann weg? Dann würde ich es niemals als das letzte entwickeln, weil die Zwischenstufe die beste ist, weil die dann einfach zu zweit sind. Ja, ne, warte mal, hat zwei jetzt sogar. Katapultra. Fandra. Fandra klingt vom Namen her gut. Und Fandra sah auch irgendwie lustiger aus. Das ist jetzt hier oben so drin. Das sieht jetzt gefährlicher aus. Das sieht aus wie, ja, das schießt das gleich weg. Wie Torpedos. Das arme Viehzeug. Warum machst du das? Das ist Drache. Das ist Geist. Das ist Katapultra. Aber ich glaube, die zweite... Irgendwie so sieht es aus wie Mega-Bruder-Lander. Irgendwie fand ich die zweite Stufe halt am coolsten. Das kommt auf 3.972 mit 96%. Kommt also insgesamt noch ein bisschen höher. Vielleicht erreicht das sogar die... 4.000? Na, ich glaube, die 4.000 wird es nicht erreichen. Es wird bei 3.992 oder so dann rumfliegen. So. Zwei neue Pugetex-Einträge. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber und holen uns als allererstes die Belohnungen von den Sammler-Herausforderungen ab. Hier gibt es 5.000 EP und eine Begegnung mit Primova schon wieder. Okay. Primova. Wir versuchen es jetzt mal so zu fangen und dann zu bewerten. Merkt euch, das Primova ist das, was wir als allererstes gefangen haben. Hier in der anderen Sammler-Herausforderung haben wir drin noch ein Primova. Habt ihr euch die WP von dem eben gemerkt? Wenn das mehr hat, müsste das ja eigentlich besser sein. So. Ah, was? Das Handy wieder, das Handy, ja? Ne, das bist du. Ne, das ist das Handy. So. Jetzt holen wir hier mal ab. Ein Sternenstück. Hier ist eine Brutmaschine. Und dann nur noch Begegnungen mit... Hm. Bubungus. Hier können wir aber jetzt abschätzen. Jetzt lässt es das wieder los. Geht es wieder? 435. 428. Also 435 war das Beste. Jetzt curve doch, werft doch hoch. Und das Ding sitzt auch so weit vorne dran. Ich komme da nicht hin. So. Ganz leicht werfen. So leicht werfen, dass es gar nicht merkt, dass es geworfen wird. Und dann fällt der Ball einfach wieder runter. 439 ist jetzt das neue Beste. Mann, ist das super. Wenn ich hier unten loslasse, legt sich der Ball ab. Lasse ich oben los, dann fliegt er meistens drüber. Das ist perfekt. 439. Liegt das jetzt am Handy? Oder liegt das an dem Pokémon? 410 ist das neue Beste. Schmeißen wir das mal drauf. Ist nicht drin. Müssen wir nochmal werfen. 410 ist immer noch nicht drin. Dann müssen sie nochmal. So, großartig. Der ist aber drin. Nein, der ist auch nicht drin. Wieso ist der so hartnäckig? Wieder hängen geblieben und gewischt. Und er ist immer noch nicht drin. Und wieder losgelassen. Und jetzt hoch. Und jetzt wäre der ab. Und jetzt ziehen wir nochmal. Und großartig. Und er ist immer noch nicht drin. Das kann doch nicht sein. Pass auf. Ich nehme jetzt einfach hier den Meisterball. Spaß. Ich nehme jetzt einfach den Hyperball. Und er ist drin. Jetzt nehmen wir das nächste. 424. Und ich dachte vorhin schon, das andere ist gut. Aber die werden ja immer fetter, immer größer. 424. Geht da noch was? Na, jetzt bin ich wieder durcheinander. Weil jetzt ist hier wieder Primova drin. 424. Das ist schon eine Wucht. Jetzt haben wir hier nochmal 15.000 Staub. Und eine super Brutmaschine. Nimmt man immer mit. Hebt man natürlich auf. Falls irgendwann mal wieder Go-Face ist. Und man dann besondere Eier brüten kann. Ansonsten versuche ich eigentlich nichts zu brüten momentan. So. Das können wir noch abholen. Das haben wir alles. Hier saß doch gerade ein fettes Relaxo, oder? Ja, lauf mal hoch. Lass mal das Relaxo wieder reinkommen. Ja, lauf nach links. Nach links. Nach links. Ihr müsst das Handy so wegschütteln. Damit das Relaxo wiederkommt. Da ist es. Perfekt. Wir drücken drauf. 1432. Wollen wir uns jetzt die Mühe machen, das Relaxo zu fangen? Weil das Relaxo einfach jetzt hier rumsitzt. Komm, wir versuchen noch das Relaxo zu fangen. Die Zeit muss sein. Da kommt es raus. Achso. Da ist es auch schon weg. Hätte ich mal lieber einfach fabelhaft getroffen. Wir bewerten jetzt. Mit dem hat es angefangen. 351. Ist. Ja, drei Sterne. Das hat wieder weniger. Dann haben wir hier 435. Was ist das? Ein Shiny? Ein Shiny? Das ist doch kein Shiny, oder? Das sind aber Shiny. Also das sind Shiny. Da ist Glanz da. Aber das hat doch nicht gefungelt. Außerdem sieht es genauso aus wie das andere. Das ist das schon wieder für einen Bug. 435 war auf jeden Fall schon sehr gut. Achso. Dann weiß ich ja jetzt schon, dass 424 gar nicht so gut war, weil ich ja da schon einen 435er hatte. 428. 439. Ein 98er. Haben wir den überhaupt schon entwickelt? Ja, den haben wir schon entwickelt. 410. 424. 356. 365. Dann dürfte das, das ist ja wie bei Grolldra eben, auch ein 96er sein, was man am besten dann entwickelt. Aber, um sicher zu gehen, gebe ich nochmal Primova ein. Denn ich habe hier eins, das wäre das höchste vom Level her. Hat aber mega schlechte IV. Also würde ich nicht das nehmen. Ich würde dann schon das mit den besten IV nehmen. Und das ist eben dieses 96er. Das werden wir jetzt auch einfach zweimal durchentwickeln. Primova wird zu... Was gibt es noch für Mofas? Brie ist eine Käseart. Ja, Brie. Gibt es noch Chester... Chester Bike. Primova wird zu Chester Bike. Ne, Primano. Dann geht das nicht auf. Im Pokédex registriert. Das finde ich zum Beispiel hässlich. Da finde ich Primova viel besser. Und jetzt entwickeln wir es nochmal. 100. Bo-Boss. Dann würde ich sagen, danke an Nettghost für das 96er. Danke für das Shiny Bubungus, was gar keins ist. Ne, das ist komisch. Und jetzt hat es gar keine Arme mehr. Es hat nur noch einen Zopf. Das sieht traurig aus, weil das ist so gefangen. Und Silembrim. Silembrim. Ja, dann... Ich bin Silembrim und du... Und wie hoch geht das? Auf 3.100. Ihr seht, Grolltra ist auf jeden Fall besser. Silembrim ist am Start. Ihr seht, das ist kein Shiny Bubungus. Ach, wenn ich jetzt durchgehe, ist auch gar kein Staub mehr da. Also ist gar kein Shiny Glanz mehr da. Das muss ich nicht verstehen. Gut, der Bug ist weg. Alles ist weg. Danke an Nettghost. Das war das Ticket. Hat sich das jetzt gelohnt? Die Brutmaschinen gab es dazu. Die Pokémon waren jetzt nicht so brutal. Die Brutmaschinen zwei Stück. Naja. Also war eher ein ruhigeres Ticket, sag mal. Mal trotzdem zwei neue Pokédex-Einträge für mich. Danke an Nettghost. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch das Ticket geholt? Habt ihr ein 100er Primova? Vielleicht sogar habt ihr ein 100er Chester-Bike? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for how to. Euer Ramses.